Hallo und willkommen zum Mila Beach Report, hier in Berlin beim Grand Slam, neben mir steht das halbe Spanische Beach Team Herrera. So, seitdem du verloren hast gegen das Russische Team, was ist deine Impression Herrera? Ich habe mich nicht gut in der Side-Out, sie sind sehr stark mit dem Schrauben und dem Blocken. Es ist eine Schmerz, wir waren sehr gut in der Tour. Wir haben 2-0 verloren, jetzt müssen wir in der nächsten Spiel. Wir spielen gegen die Schmerzer in der Semifinals und müssen wir weitergehen. Jetzt spielt ihr eine kleine Finale, wie fühlt es? Wie fühlt es sich? Wir müssen uns von der Runde mit den Russen zurückkommen. Jetzt müssen wir uns auf die Schmerzer in der nächsten Semifinals und es geht um alles für den Bronfen. Okay, danke. Wollen Sie uns begrüßen zu Ihren Freunde in Spanien? Ja, danke für uns unterstützt und wir werden weitergehen. Danke! Okay, vielen Dank! Danke! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.